Hallo Leute und willkommen zum 5. Dezember. Die gestrige Aufgabe habe ich nicht geschafft und erhalte deswegen keinen Punkt. Heute wird Minecraft gespielt. Also, die heutige Aufgabe lautet, finde zwei Diamanten und crafte dir eine Diamantspitzhacke. Also, wenn ich Glück habe und welche finde, dann kann ich diese Aufgabe erledigen. Sonst nicht. Ja, aber ist egal. Werde ich da mal schauen im Spiel. Und die Bestrafung lautet, werfe ein Stack Eisen weg. Wieso wieder das arme Eisen? Ich verstehe das einfach nicht. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass gar kein Kommentar eingeblendet wurde. Es liegt daran, dass mein Channel noch derzeit eine kleine Audienz hat und einfach niemand eine Aufgabe oder eine Bestrafung für Minecraft in die Kommentare geschrieben hat. Ich freue mich jederzeit auf deinen Kommentar. Auf jeden Fall, falls du das Infovideo noch nicht gesehen hast, dann schau doch mal in der Videobeschreibung nach. Wir sehen uns um 17 Uhr bei Minecraft Let's Game.